Ich denke mal, nachdem sich jetzt alle in der Pause gestärkt haben, können wir jetzt gleich hier mal weitermachen. Herzlich willkommen oder auch willkommen zurück im Experts-Forum hier beim IT-Sicherheitstag NRW. Und nachdem wir ja gerade vor der Pause ein wenig erfahren haben, was denn da draußen für Gefahren so lauern und wie einem ein White Hacker so dabei helfen kann, aufzuspüren, welche Risiken denn konkret in einem Unternehmen bestehen, hat man ja vielleicht auch den Eindruck gewonnen, dass so die eigene IT bei sich stehen zu haben, nicht nur eine gute Idee sein muss. Und daher kann es ja durchaus mal ein Gedanken wert zu sein, heutzutage diese Cloud zu nutzen, von der man immer spricht. Und dass das auf der einen Seite vielleicht eine gute Idee ist, aber auch ein paar Herausforderungen mit sich bringen, was das konkret bedeutet, dafür habe ich mir mal wieder einen Experten an die Seite geholt, Manuel Artug. Auf der Beschreibung von der Website zu lesen, seit über 23 Jahren, schon eine gefährliche Zahl, aber... Zufall. Ja, man weiß es nie. Aktiv in unterschiedlichsten Bereichen rund ums Thema IT-Sicherheit und ich glaube auch mit vielen Gegebenheiten auch so in Richtung öffentliche Hand vertraut, was sich da so alles tut. Insofern bin ich sehr gespannt zu erfahren, was uns denn da in der Wolke so erwartet. Dankeschön. Ja, in die Cloud aber sicher, das ist zumindest der Versuch, den ich darlegen will in einer halben Stunde. Vielleicht kurz zur Einordnung, High Solutions macht, von Kaputtmachen oben links, wenn Leute Pentests haben wollen, wir zerstören es auch. Cyberresponse und Forensik, wenn andere es kaputt machen, dann kommen wir halt vorbei und heben die Bitwerte wieder auf, damit sie widerstehen. Wir machen ISMS-Zeugs und alles, was da so drumherum gehört. Ich will jetzt keine Werbeveranstaltung machen, aber so als Kontext. Wir bieten also diese ganze Bandbreite an Cybersicherheit von der Pike bis zum Abschluss. Und die Cloud Security als ein spezieller Teil vom Outsourcing oder Auslagerungsmanagement betrachten wir eben da auch mit. Ich selbst bin Informatiker, habe einen Master gemacht in Applied IT Security, also Kryptografie und bin Ingenieur. Ich habe so drei gestörte Verhältnisse im Kopf. Das funktioniert ganz gut. Dann kann man immer mit den passenden Leuten reden, kommt immer ins Gespräch und findet raus, warum eigentlich Interdisziplinarität ganz sinnvoll ist. und befasse mich hauptsächlich halt mit den Themen kritische Infrastrukturen und Cloud. Je nachdem, die großen Provider sind ja eine kritische Infrastruktur. ISMS, also Informationssicherheitsmanagement-Systeme und BCM, Business Continuity Management. Und das braucht man eben, wenn man ganzheitlich sichere Systeme betreiben will, ob in der Wolke oder On-Prem. Und der hauptsächliche Punkt ist eigentlich, dass sozusagen das schwächste Mitglied die Sicherheit in der Cloud bestimmt. Wenn ich eine schlechte Authentifizierung habe, wenn ich in allen Admins nicht mit Zwei-Faktor-Authentifizierung versehe oder, 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 dann habe ich in der Cloud immer das Problem, das, was am schlechtesten konfiguriert ist oder betrieben wird, ist genau das, was dann die Angreifer sich zunutze machen werden. Das hat nochmal ein anderes Geschmäckler, als wenn ich eben On-Prem, also in einer eigenen Umgebung veraltete Systemlandschaften betreibe. Da packen ja gleich die ganzen Datensätze komplett raus. Und die Cloud hat auch eine Datenanbindung, mit der das Ganze auch sehr fluffig funktioniert. Und dann fehlen dann halt einfach mal ein paar viele Gigabyte oder Terabyte. Oder besser gesagt, die fehlen nicht, sondern das ist Datenreichtum, die dann plötzlich ganz viele. Eigentlich sollten die nur an der Stelle sein, aber sind dann halt an anderen Stellen auch. Die Frage ist halt grundsätzlich im Netz nicht mehr, das gab es früher noch, aber inzwischen nicht mehr so, ob man angegriffen wird, sondern wann man es bemerkt. Also die Frage ist auch nicht, wann man angegriffen wird, sondern wirklich, wann man es bemerkt. Das ist das A und O. Ob in der Wolke oder On-Prem, das geht auch immer noch so ein bisschen einher. Ich habe einfach keine Möglichkeit mehr, in diesem einen großen Cyberraum weltweit sozusagen zu sagen, der Kelch geht an mir vorbei. Wenn eine Rockerbande in Frankfurt aktiv ist, dann kann ich in Oberursel entspannt die Füße hochlegen. Wenn irgendwie eine Bank in München ausgeraubt wird, dann ist mir das in Hamburg auch ziemlich egal. Aber im Cyberraum ist das Problem, dass die sich halt irgendwie jeden nehmen, der in irgendeiner Form halbwegs unsicher da ist und sagen dann, naja, guter Mitnahmeeffekt, kann man Geld draus machen. Und das wird dann auch getan. Und wenn man eben sicher in die Cloud will, muss man erstmal die Grundsatzfrage der 6Rs sozusagen stellen. Was für eine Form von Cloud-Migration will ich überhaupt machen? Und es gibt natürlich noch dieses Retire und Retain. Kann man natürlich sagen, das lassen wir jetzt mal absterben, das ist tot. Und das sind Altlastsysteme, Legacy, was auch immer. Aber es gibt dieses Rehosting, Replatforming, Rearchitecting und Repurchasing. Das sind einfach mal vom Grundverständnis her unterschiedliche Verfahren. Und das ist erstmal eine Grundlage dafür zu verstehen, was will ich überhaupt tun. Und beim Rehosting, was als strategische Konstruktion genutzt werden, das nennt man oft Lift and Shift. Das sollte man eben nur dann nutzen, wenn es schnell gehen muss. Und normalerweise heißt es schnell nicht sicher. Nur so als Hinweis. Aber man muss sich darauf einstellen, dass die Anwendung früher oder später an diese Cloud angepasst werden soll. Weil im Endeffekt nimmt man das System oder die Installation oder die Anwendung und packt sie eins zu eins in ein Gastbetriebssystem in der Wolke. Ich habe keine nativen Schutzfunktionalitäten, keine nativen Services, keine automatischen Updates dieser Cloud-Basis-Infrastruktur. Denn ich betreibe ja ein Gastbetriebssystem und die Anwendung genauso wie zu Hause sozusagen im RZ. Und wenn ich da keine Updates drauf fahre, der Cloud-Provider macht genau gar nichts mit dem Ding, außer Netz anbieten und betreiben, genauso wie ein Rechenzentrum. Dann habe ich eben immer noch ein unsicheres, altes, kaputtes, archäologisch wertvolles System oder was auch immer. Aber keinen sicheren Betrieb. Oftmals wird das auch gemacht in der Form, dass man sagt, ja, aber die Anwendung können wir gar nicht mehr portieren. Da müssen wir einen Riesenaufwand fahren und den sparen wir uns ja, indem wir die so in die Cloud Lift and Shift reinheben. Also insofern ist es sozusagen die schlechteste Variante. Das sollte man sich immer im Kopf halten, aus dem Sicherheitsaspekt und aus dem sicheren Betrieb einer Anwendung. Aber wird eben gerne gemacht, weil damit kommt man schnell zum Ziel. Und wenn man seine Deadline reißt, kann man damit vielleicht nochmal ein bisschen schneller konform werden zu Papier und Compliance und so. Oder das Projekt noch zum Ende des Jahres einhalten. Aber wie gesagt, schlechter Plan. Das Replatforming ist so, durch die Nutzung der Cloud übernimmt der Cloud-Provider sozusagen Teile dieses Betriebs. Zum Beispiel der Datenbank. Die Datenbank ist dann nativ in der Cloud und er betreibt die ganze Datenbankanwendung mit allem drum und dran. Und man muss sich zum Beispiel nicht mehr ums Datenbankmanagement-System kümmern, weil das einfach vom Provider nativ in der Cloud bereitgestellt wird. Ich muss quasi nur noch eine Datenbankinstanz aktivieren, meine Daten reinpacken, die Anwendung darauf zugreifen lassen und habe über dieses Replatforming schon mal die ganzen Plattformen, die Basis sozusagen in die Cloud migriert. Was schon mal ein guter Ansatz ist, wenn man sagt, damit bekomme ich überhaupt erstmal die Basis da rein. Beim Rearchitecting ist es eine Überarbeitung. Das heißt, wegen Alter oder Performance-Problemen oder was auch immer der Anwendung geht man hin, macht ein Redesign sozusagen der Anwendung und macht ein architektonisch neues Konzept. Enterprise-Architekten setzen sich dann ran und sagen, okay, das sind die Funktionen, die die Anwendung so hatte. Das ist das, was die Cloud bietet. Und jetzt überlegen wir uns, wie wir das in der Cloud architektonisch aufbauen, konzipieren und so skalieren lassen, dass es dann auch A, performant ist und B, eben diese Alterskrankheiten wegoptimiert werden, aber es möglichst nativ in der Cloud betrieben wird. Das ist schon eigentlich die optimale Nutzung, wenn man diese Strategie fährt, weil man wirklich Cloud-native Dienste nutzt. Und Cloud-native Dienste sind genau das, was sich ja die Cloud-Provider überlegt haben, als so kannst du meine Cloud benutzen. Das sind die ganzen Funktionalitäten, die ich habe, die halte ich immer up-to-date, die sichere ich selbst ab aus meinem eigenen Antrieb. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Ganze zu machen. Das Repurchasing oder Replacing ist gerade dann, wenn als Software-as-a-Service-Lösung vom gleichen Anbieter, wenn die bisherige Anwendung sozusagen verwendet wurde und das Ganze jetzt, eine Migration dann weniger aufwendig wäre, kann man eben dieses Repurchasing anwenden und sagen, okay, ich habe vorher das Ding, also diese Anwendung lokal selber betrieben. Der Anbieter sagt, du kannst auch die Wolkenvariante nutzen. Dann kann ich eben auch da reingehen und sozusagen einen neuen Lizenzvertrag vereinbaren. Meistens bieten die einem natürlich da gute Konditionen an. Microsoft hat zum Beispiel bei der Azure Cloud, jetzt nur als ein Beispiel, der anderen auch, aber das nennt sich FastTrack, ist so ein Dienst, mit dem man Migrationen in die Cloud unterstützen kann. Also FastTrack versucht sozusagen, die Altdaten reinzuziehen in die Cloud-betriebene Variante. Klar, rein wollen sie alle, raus ist immer schwierig. Da funktioniert dann so ein Fast-Off-Track nicht so. Aber da muss man natürlich auch überlegen, von wem macht man sich, wie stark abhängig. Das habe ich aber mit jedem Dienstleister, genauso in der Cloud. Aber mit dem Repurchasing kann ich sozusagen diese Software-to-Service-Funktionalitäten gegebenenfalls da drüber nutzen. So, und nicht das Ob, sondern das Wie macht so eine Migration dann aus. Lift and Shift kann man machen, ist aber kage. Und geht aber schnell und ist halt die Frage, will ich das oder will ich das nicht? Also in die Cloud zu gehen, hat strategisch erstmal die Basisfrage, welche Strategie will ich nutzen, welche Migration will ich anwenden? Und das ist einfach auch ein Designprinzip sozusagen und eine Designentscheidung, mit der ich auch maßgeblich entscheide, wie die Sicherheitsnachwirkungen dann aussehen oder wie gut ich Sicherheit nachträglich machen kann. Wenn ich die Kiste einfach nur da reingeschoben habe und trotzdem alles betreiben muss, kann ich es auch in meinem eigenen Rechenzentrum lassen. Das ist kein Mehrwert. Insofern, dass das überhaupt angeboten wird, naja gut, mit Technik geht alles, aber nicht alles, was geht, ist sinnvoll. Von daher ist diese Migration ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsstrategie, auch wenn es eigentlich erstmal mit Sicherheit nichts zu tun hat. Die wichtigsten fünf Sicherheitsmaßnahmen, die man dann anwendet, auf die will ich ein bisschen eingehen in der Zeit. Identitätsparameter sind relevant, die Kennzeichnung der Cloud-Dienste, das Monitoring und die Protokollierung, die Eigenschaften der Cloud für die Sicherheit, die man dann einsetzt. Wenn ich native Dienste einsetze, kann ich die natürlich viel besser anwenden. Und eben ganz nebenbei noch, hat auch teilweise mit Sicherheit zu tun, aber auch mit Betriebssicherheit, also Business Continuity Management, eben die Kosten im Blick halten. Wenn die explodieren, und das tun die zum Beispiel bei Lift & Shift echt gut, das skaliert megamäßig für die Cloud-Provider, weil es so schön schnell migriert dahin und so, aber kostet halt sehr viel, dann ist das eben auch nicht wirklich, die Cloud war günstig, sondern die war unsicher und günstig, teuer. Also das Marketingversprechen erfüllt es eben nur, wenn man sich den Teil der Arbeit auch macht, den man machen muss. Bei den Identitätsparametern ist es so, in traditionellen Umgebungen erfolgt so eine Zutrittskontrolle durch Sicherheitssysteme im jeweiligen Netzwerkrand am Perimeter. Die Absicherung erfolgt nach so einem Zwiebelmodell, Schicht für Schicht für Schicht. Ich habe eine Firewall, dann eine Intranet-Zone und dazwischen noch eine DMZ und den ganzen Schmökes. Die Systeme in der Cloud-Umgebung sind stärker vernetzt, weil die natürlich komplett miteinander in all diesen nativen Diensten kommunizieren, so dass der Aufwand für die traditionellen Verteidigungsmaßnahmen, so wie man sie kennt, sich eben deutlich erhöht. Wenn ich da jetzt irgendwie versuche, Firewalls reinzuziehen und zu designen, dann packe ich da wirklich unheimlich viel rein, weil ich noch die alte Denkweise dieser Zwiebelschichten sozusagen habe. Und dieser Perimeter, dieser Netzwerkrand verschiebt sich dann weg vom Netzwerk hin zu einem datenzentrierten Ansatz und dann insbesondere zu einem Identitäts- und Berechtigungsmanagement, weil ich eben in der Cloud nicht mehr zwingend diese zig Firewall-Architekturen dazwischen packe, sondern ich muss eben überlegen, die Daten liegen nativ in der Cloud, in einer nativen Datenbank, eine native Anwendung kann da irgendwie drauf rummachen, aber alles mögliche andere läuft auch in dieser Cloud. Sollen Mandanten fähig getrennt sein, tut es aber auch nur, wenn es von mir aus auch so konfiguriert ist. Wenn ich meiner Datenbank sage, red mit jedem, dann tut die das auch. Also meiner Instanz in der Cloud. Aber am wichtigsten ist eben zu sagen, wer darf darauf zugreifen, welche Anwendung, welche Nutzer und wie viel dürfen die eigentlich zugreifen. Das ist dann das Essentielle in der Cloud, weil ich zum Beispiel einspare physische Sicherheit. Ich muss ja jetzt keine physische Sicherheit für mein Rechenzentrum mehr machen, das macht definitiv der Cloud-Provider alleine. Aber beim Identitätsmanagement für die Admins der Cloud kümmert sich der Cloud-Provider drum. Für meine Admins, für meine Nutzer, für meine Kunden und alles mögliche andere bin ich immer noch selber zuständig. Und wenn ich da ein schlechtes Identitätsmanagement mache oder Berechtigungsmanagement, dann lesen wir demnächst wieder in der Zeitung, dass irgendwelche Amazon-Bucket-AWS-Container abgegriffen wurden und so und so viel Gigabyte rausgekarrt wurden. Weil wenn man halt sagt, naja, auf die Daten darf die ganze Welt zugreifen, wenn sie weiß, wie der Link heißt, ja gut, das ist dann keine Sicherheit. Dann muss man eben ein Berechtigungsmanagement davor setzen. Also das ist tatsächlich der größte Punkt. Und insbesondere so etwas wie Multifaktor-Authentifizierung hier, hatte ich gerade schon ein bisschen vorweg gesagt, Administratoren in der Cloud sollten eigentlich immer zwei Faktor-Authentifizierung haben. Und Microsoft hatte da selber auch mal eine Information zu, vor einem Jahr oder zwei rausgegeben. Die haben gesagt, gefühlt 90 Prozent dieser Abgriffe von User-Passwort und Cloud-Zugriff hätte man mit zwei Faktor-Authentifizierung bei den Admins schon verhindern können. Am besten bei allen Usern, aber wenigstens bei den Admins, damit die mit den erweiterten Rechten einfach nicht die Zugangsdaten abgegriffen werden und dann irgendwie Schindluder getrieben werden können. Und es ist wirklich spannend, frustrierend spannend zu sehen, wie oft Leute immer noch der Meinung sind, dass Administratoren keine Zwei-Faktor-Authentifizierung brauchen, weil hier Ausrede einsetzen wollen. Also ich verstehe es einfach nicht mehr, warum. Aber Fernwartung, Fernadministration ist alles irgendwie der beste Weg rein in die Systemlandschaft und vor allem der mit den ganzen Rechten, mit denen ich diese Landschaft für mich kreieren kann. Ich kann mir also selber anschließend die Identitätsparameter setzen und sagen, Berechtigung, ich alles. So, und dann ziehe ich die raus. Und der Traffic, der dann entstanden ist, der kommt übrigens auch noch an die Kosten oben drauf. Das ist dann nicht sehr zielführend. Kennzeichnung der Cloud-Dienste ist insofern wichtig, dass man sagt, diese Dienste, die ich habe, muss ich kennzeichnen und kann das in den Cloud-Infrastrukturen, nennt man das Tagging, man braucht eine Namenskonvention, kann eben sagen, dieser Dienst hat diesen Tag, das ist für die und die Anwendung oder die und die Daten und dann kann ich noch verstehen in dieser Riesenwolke, was da eigentlich passiert. Weil ich habe ja nicht mehr klassisch, das hier ist der Server und da steht eine Firewall und der Switch und dann kann ich den abklemmen und da ist dann die Datenbank drauf gewesen, sondern ich habe ja alle möglichen Cloud-nativen Dienste im Einsatz in verschiedenen Instanzen und Iterationen und dadurch braucht man ein vernünftiges Tagging, also eine Namenskonvention, mit der man noch durchblicken kann, was ist das für ein Datensatz, was ist das für ein Dienst, welche Abteilung braucht den, welche Datenbank, wer greift hier überhaupt drauf zu. Wenn das ungetaggt wächst, habe ich irgendwann einen Riesenzoo und blicke nicht mehr durch, wer eigentlich auf welche Daten warum und wie zugreift und dann wandern wieder irgendwelche Leute mit Berechtigungsmanagement, wo zu viel Berechtigung gemanagt wurde, halt einmal quer durch. Das ist dann wirklich auch wieder fatal. Beim Monitoring und Protokollieren, es ist halt immer ein leidiges Thema. Alle wollen irgendwie, dass das alles automatisch funktioniert und irgendwie sicher ist, aber am Ende muss ich eben auch reingucken und einen Angriff erkennen können, Dinge, die komisch passieren in meiner eigenen Umgebung. Eine eigene Umgebung heißt eigene Daten und eigene Verantwortung. Nur weil das jetzt in der Wolke ist, heißt das immer lange nicht, dass ich nicht reingucken muss. Genauso, wenn ich einen Subdienstleister habe, muss ich eigentlich auch darauf achten. Gucken die überhaupt in die Logfiles, gucke ich rein, was passiert da eigentlich. Ich kann ja den Betrieb auslagern, aber die Verantwortung behalte ich ja so oder so. Ob ich den Betrieb an einen Dienstleister auslagere oder an die Wolke, ich bleibe in der Verantwortung. Das kann ich am besten wahrnehmen, wenn ich eben beispielsweise die nativen Funktionalitäten der Cloud bestmöglich nutze und sage, okay, was für Protokolldaten habe ich, wie kann ich die auswerten, vielleicht sogar in ein lokales Security-Incident-Event-Management fließen lassen, weil die meisten machen ja einen Mischbetrieb und gehen nicht komplett in die Cloud und haben dann lokal noch Umgebung, haben lokal ein Security-Incident-Event-Management-System, hoffentlich. Und dann kann man eben auch teilweise die Daten aus der Cloud da rein importieren und sagen, okay, ich habe ein Gesamtbild von meinem Gesamtbetrieb, den ich lokal habe, aber den ich auch in der Cloud habe und kann darüber auch erkennen, ob und wie vielleicht jemand tatsächlich einen strukturierten Angriff versucht. Wenn ich eben nur den Cloud teile oder nur das Lokale prüfe, dann sehe ich ja kein Gesamtbild. Das ist genauso hilfreich wie, ich gucke mir nur die Datenbank an, aber nicht die Anwendung und die ganzen anderen Sachen und die Firewall-Logs oder ich gucke mir nur die Firewall-Logs an, aber alles andere nicht. Und so ähnlich ist es auch in der Cloud. Ich brauche ein geeignetes Monitoring, also nicht alles, dann werde ich zugemüllt. Ich brauche die Lokdaten, die mir sagen, ob etwas seltsam oder in einem Rahmen läuft. Da muss man sich ein paar Gedanken zu machen und kann das dann eben zum Beispiel über so ein Sieben auswerten. Zugriffe privilegierter Nutzer, die sozusagen auf diese Lokdaten zugreifen dürfen, muss man natürlich auch gucken, dass die auch gelockt werden. Administratoren, vor allem wenn man keinen Zwei-Faktor-Authentisierung nutzt oder so, dass man dann auch auf jeden Fall sieht, wer hat da eigentlich mit besonderen Rechten in meiner Cloud-Infrastruktur irgendwie Dinge getan. Da kann man auch oft Angriffsvorbereitungen beispielsweise auch erkennen, wenn man denn reinguckt und es richtig interpretiert. Ansonsten kann man im Nachhinein ein Angebot lesen, wie viel Bitcoin oder Monero man zahlt, um seine Daten zurückzukriegen. Die Eigenschaften der Cloud für die Sicherheit einsetzen, ist halt der Punkt zu verstehen, mit welchem Dienstleister arbeite ich, was bietet er in der Cloud an, welche Sicherheitsfunktionen sind da Bestandteil von und wie nutze ich die eigentlich in der Form, dass es auch wirklich in meine Sicherheitskonzeption und Strategie passt und, ich hasse dieses Wort agil, aber eine Cloud-Umgebung ist wirklich agil. Die Cloud-Provider machen jede Woche kontinuierliche Updates und Deployments. Ich kann das auch nicht vermeiden oder verhindern. Ich kann auch nicht sagen, lass mal meine Instanz so, die will ich jetzt nicht mehr anfassen. Die machen sozusagen gewaltsam militant Updates, ob ich will oder nicht. Die werden kontinuierlich mit Funktionen neu versehen. Es gibt neue Default-Einstellungen, es gibt neue Parametrisierungen. Das passiert und ich muss kontinuierlich am Ball bleiben. Jetzt nicht jeden Tag, aber ich hatte vor einer Weile mal auch bei Microsoft Azure einfach Langeweile reingeguckt und die hatten dann an Deployments irgendwie mehrere Dutzend pro Woche. Natürlich für alle Dienste, die die da haben. Das ist eine ganze Bandbreite, aber es sind einfach mehrere Veröffentlichungen pro Woche, weil sie ja im Endeffekt auch unheimlich viele Systemarten betreiben. Du kannst ja eine Datenbank da drin betreiben, Web-Server, ein, weiß ich nicht, eine Middleware, ein native Systeme. Du kannst ja Tod und Teufel in die Wolke schmeißen, inklusive Glitzer, Schwachsinn wie KI und Blockchain. Von daher ist dieses ganze Agile halt A, natürlich dieser Zwang up-to-date zu bleiben und da gibt es keine Diskussion mehr, weil die updaten das. Aber B, muss ich natürlich gucken, dass meine Informationssicherheit vom Prozess und Ablauf her naja, sich agil darauf einstellt. Ich kann nicht sagen, so einmal im Jahr kuschreien, dann reicht das. Dann muss ich schon ein bisschen öfter reingucken und sagen, okay, was sind denn die Änderungen? Sind das sicherheitsrelevante Änderungen? Sind das Standardfunktionen, die plötzlich aktiviert werden? Da muss ich schon wirklich reingucken. Und Berechtigungen beispielsweise kann man eben auch nicht statisch, sondern agil verpassen, da sich die Aufgabe ändert. Das muss ich aber im Sicherheitskonzept berücksichtigen und dann kann sozusagen mein Berechtigungskonzept auf diese Agilität reagieren und sagen, so kriegen wir die Sicherheit auch in dem Konstrukt abgebildet. Ja, im Endeffekt wird man also vom Zuschauer zum aktiven Akteur. Es ist nichts mehr mit, ich gucke da mal so drauf und einmal im Jahr mache ich ein Update von meinen Policies und dann ist alles Suche. Ich muss da wirklich aktiv ran und das Ganze auch wirklich aktiv betreiben. Und da hört man schon raus, geht die Cloud, ist billig, kannst du alles drin betreiben. Ja, aber du musst natürlich schon. Du sparst dir die physische Sicherheit und verschiedene andere Sachen, aber da kommt definitiv mehr Arbeit auf einen zu. Es hat aber auch den Mehrwert, dass man sozusagen zwangsweise auch mehr sicher ist, wenn man sich darum kümmert. Wenn nicht, ist man genauso unsicher wie On-Prem. Wenn man sich da nicht kümmert, ist es eben genauso komisch, was man so betreibt. Also insofern diese Änderungen oder Mindestsicherheitsstandards über globale Richtlinien, Abnahme- und Freigabeprozesse, das muss man da rein integrieren, um möglichst teilautomatisierte Prozesse zu haben, die so einen Workflow abbilden und sagen, und so kann ich das Ganze up to date halten und auch immer am Ball bleiben. Aber so habe ich dann auch eine gesicherte Umgebung, einen sicheren Betrieb und dann auch wirklich ein Setup, womit ich auch in Ruhe arbeiten kann. Ja, die Kosten im Blick halten, wie gesagt, plötzlich ansteigende Kosten. Das kann man ja schön dynamisch auf so einer Grafik sehen. Wenn das auf einmal hochgeht, gab es vielleicht eine Gebührenänderung, die ich verpasst habe. Das haben auch einige schmerzlich in der Cloud kennengelernt. Ja, habe ich doch für den Preis gekauft, kann ich jetzt ewig laufen lassen. Und dann kam auf einmal eine Gebührenanhebung. Dann wurde es von ein paar Dutzend Dollar auf ein paar Tausend Dollar pro Monat. Und dann war der Business Case für den Shop komplett hinüber und verschuldet. Hat aber nicht darauf geachtet und kriegt dann am Ende des Monats die Rechnung. Fehlkonfigurationen von einem oder mehreren Cloud-Diensten ist auch immer doof, wenn die plötzlich ganz viel machen. Also in der Cloud sind halt echt viele Ressourcen. Wenn ich das fehlkonfiguriere und da ein bisschen viel Ressourcen abgreife, dann ist das auch ein bisschen viel Kosten. Haben auch schon einige leider versehentlich ein bisschen fehlkonfiguriert. Fanden die Kreditkarten sehr flauschig. Ja, und Sicherheitsvorfälle können natürlich auch Kosten verursachen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn da einmal ein paar Terabyte runtergeladen werden, dann habe ich natürlich Traffic. Es gibt auch Angreifer, die sagen, dann ziehe ich mir noch eine Instanz hoch, schiebe die Daten da rein und ziehe dann die Instanz ab. Ziehen also noch Instanzen für einen hoch. Und pro Instanz zahlt man dann oder so. Also da gibt es alles Mögliche, was irgendwie Kosten verursachen kann. Und das ist recht unmittelbar, weil man eben auch relativ, also man will ja agil in der Cloud diese Ressourcenoption nutzen. Aber das lässt man sich natürlich entsprechend zahlen. Und die Funktionalität, dass man möglichst einfach Ressourcen dazu klickt und die Cloud ja so dynamisch und agil für sich laufen lässt, ist eben genau das, was da ein Problem sein kann. Also Kosten im Blick halten hilft. Schwellenwerte kann man konfigurieren, hilft auch. Abschließend ist zu sagen, Cloud-Sicherheit ist also eher ein Prozess und kein Zustand. Das haben wir immer in der IT-Sicherheit. Aber insofern hoffe ich, ich konnte euch das ein bisschen auf der Meta-Ebene mitbringen, weil wenn wir es auf der Detail-Ebene gemacht hätten, das reichte in einer halben Stunde nicht. Aber so zu verstehen, wie muss man denken, wenn man in die Cloud geht und es sicher machen will, das sind die Prozesse, die man einhalten muss. Vielen lieben Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich muss ja gestehen, bei meinem Buzzword Bingo nach Agile, KI und Blockgeschwind vermisse ich noch VR oder sowas, aber das kommt vielleicht beim nächsten Mal. Kommt bestimmt auch noch. Gibt es hier aus dem Saal jetzt erstmal konkret noch Fragen? Ansonsten von meiner Seite vielleicht mal eine. Jetzt haben wir ja schon geguckt, wie die IT-Sicherheit so in der Wolke funktionieren kann. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Jetzt habe ich vielleicht den Server im Keller, bin jetzt ganz erschrocken, ob es überhaupt Sinn macht für mich, in die Wolke zu gehen, weil es ist ja eine Menge Herausforderungen. Wie ist denn da so der Weg der Zeit? Lasse ich es besser zu Hause? Ist Wolke eh für mich was, wo ich mich mit auseinandersetzen muss, weil da kein Weg dran vorbeiführt auf Dauer? Bei diesen Anbietern, die jetzt sozusagen eine Zukunftsfassung der Anwendung nur noch in der Cloud anbieten, habe ich ja sozusagen so eine Galgenfrist. Da muss ich mich mit auseinandersetzen. Am Ende ist es eine einfache Fragestellung, die aber nicht einfach anzugehen ist. Die einfache Fragestellung ist, habe ich das Gefühl, ich kann mir das Know-how aufbauen und gehe in einem Technologiewechsel in die Cloud und mache das dann da in einer anderen Form von Betrieb? Oder habe ich das Gefühl, das ist alles viel zu viel für mich und ich kümmere mich lieber um die Sicherheit selber, aber dann muss ich es auch selber im Keller betreiben und nicht sagen, naja, dann lasse ich die Kiste jetzt so laufen und ändere nichts. Also eins von beiden muss ich tun. Nicht in die Cloud gehen und dafür die Kiste so lassen, wie sie ist und gar nicht anfassen, ist auf jeden Fall falsch. Da kriegt man garantiert Besuch. Und jetzt ist das ja ein sehr komplexes Thema, hat man ja mitgekriegt mit den vielen Ebenen. Wenn ich mir jetzt sage, oh, ich habe vielleicht selber nicht das Know-how, sondern suche Anbieter, Unterstützer, Technologiepartner. Gibt es da so einen Tipp, wo ich vielleicht mal darauf achten muss, wie ich den richtigen Partner erkenne oder was besonders wichtig ist in dem Kontext? Ja, das ist eigentlich bei allen IT-Dienstleistern. Am besten ist immer irgendeine Referenz von jemandem, den man kennt und fragen kann, mit wem habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht? Oder eben den eigenen Haus- und Hoflieferanten fragen, ob er das auch unterstützen kann. Und wenn ja, wie? Möge er das ja mal darstellen. Der sollte ja dann auch erklären können, was er da vorhat, wie er das betreiben will und wie man gemeinsam das Ganze dann auch in der Cloud betreiben lässt. Ich sage ja, den Betrieb kann man auslagern, aber die Verantwortung behält man. Da kann man ja auch durchaus fragen, wie läuft denn das dann bei einem Vorfall in der Cloud? Ihr seht den am ehesten, woran erkennt ihr den? Wie meldet ihr euch bei uns? Was müssen wir dann tun? Wenn die dann sagen, wir gucken mal, ist eine schlechte Antwort. Wenn ich aber weiß, bei den On-Prem-Systemen, ja, das ist die Anrufnummer und da musst du dich melden und dann kommt der und der vorbei, dann habe ich ja eine klare Aussage und sehe plötzlich diesen Unterschied, die sind selber noch nicht reif dafür. Ja gut. Ansonsten noch zum Abschluss eine fast philosophische Frage. Wenn wir irgendwann dieses Thema Passwörter und zwei Faktoren dann nicht irgendwann mal bleiben lassen können, weil irgendwie mit 1, 2, 3 und 2 Faktoren, weil ich meine, das ist ja, ich glaube, nicht ganz so neu, dieses ganze Thema, aber irgendwie scheint es nicht wegzugehen, oder? Ich habe ja das Gefühl, seit Jahrzehnten erzähle ich immer dasselbe. Das ist irgendwie so ein Déjà-vu-Effekt, aber Stand der Wissenschaft ist, es gibt sichere Systeme, die kann man entwickeln, die kann man betreiben. Stand der Realität oder Stand der Technik ist halt eher so, die Digitalisierung auf Höhe eines Faxgeräts, das ist schwierig. Also ich glaube, Passwörter werden uns einfach auch noch viele Jahre begleiten, weil Altsysteme und Altlasten einfach noch kleben bleiben und Leute der Meinung sind. Das hätte man immer gesagt, das geht schon so. Schauen wir mal beim nächsten Mal. Vielleicht hat es uns ja die nicht. Ganz herzlichen Dank nochmal für den Vortrag. Jo, gerne. Danke. Danke. Danke.